Wir sind wunderbar in der Zeit, dank der Vorredner auch. Punktgenau und zwei Minuten drüber, dass die Letzten hereinkommen können, weil sie ja zuvor noch was ganz was Wichtiges zu besprechen haben. Bitte gerne. Wir kommen zur Ausbildung für alle Klassen. Matthias Jung, DL9, Mike Juliet, studierte ursprünglich Elektro- und Informationstechnik an der TU Kaiserslautern. Seit 2017 am Fraunhofer-Institut IESE in Kaiserslautern diverse Forschungs- und Industrieprojekte im Bereich der eingebetteten Systeme. Und mit 2019 dann die Lizenz zum Funkamateur. Und wohl gleich so fasziniert und begeistert von der Materie, könnte man meinen, dass kurze Zeit darauf der Bundesreferent, der Bundesbeauftragte für Aus-, Weiterbildung und Jugendarbeit in DRC folgte. Und noch einmal dadurch initiiert und angeschoben, die Gründung der Taskforce quasi zur Erstellung eines neuen Ausbildungskatalogs, neues Ausbildungsmaterials für sämtliche Lizenzklassen des Amateurfunkdienstes in der Bundesrepublik Deutschland. Quasi so nebenher, wie manche Leute ihr Zeitmanagement betreiben, ist man ohne dies fraglich. Der Fraunhofer Exzellenzer war 2022 und mit 2022, 2023 ein Ruf an die Hochschule für Technik und Wirtschaft, Saar. Und wenn wer weiß, wie schwer ein Ruf zu, unter Anführungszeichen, ergattern ist an Hochschulen und Universitäten, dann können wir jetzt umso mehr erstaunt sein, was nämlich dann passiert ist. Es folgte nämlich kurz darauf noch ein weiterer Ruf an die Universität Würzburg. Und offensichtlich sind die Rufverhandlungen so positiv verlaufen, dass er den auch annimmt. Und es ist, glaube ich, auch ein Applaus wert und es ist schön, dass der Amateurfunkdienst alles verbietet. Ich denke, dafür darf auch Zeit sein und sowas darf und soll durchaus auch erzählt werden. Jetzt hier allerdings steht er neben mir in der Funktion des DAA-Serie-Verratsleiters für Ausbildung, Jugend und Weiterbildung. Mit wichtigen Informationen zum neuen Ausbildungsmaterial und deren langer Entstehungsgeschichte. Bitte, Matthias. Ja, danke, lieber Ralf. Könnt ihr mich gut hören? Alles super? Besser jetzt? Jetzt kommt's, ne? Viel besser. Ja, danke, Ralf, nochmal für die schöne Einführung. Ja, ich muss aber dazu sagen, ich bin quasi in den Amateurfunk reingeboren, denn mein Vater war auch schon Funkamateur. Und ich hatte aber irgendwie nie die Zeit gehabt, dann auch irgendwie mal die Lizenz zu machen. Und dann habe ich das dann 2019 entsprechend dann mal schnell noch nachgeholt. Ja, neuer Fragenkatalog und Ausbildungsmaterialien. Ich will den Vortrag da in zwei Teile teilen. Und viele haben von euch bestimmt auch schon mal den Vortrag gesehen auf der Hamradio oder in Weinheim. Und ich will das eigentlich jetzt nur ganz schnell hier nochmal zusammenfassen. Wir haben 2020 da angefangen. Und ja, seit 2020, im Januar, sind wir dran, also schon seit drei Jahren. Und wo sind wir jetzt? Ja, wir sind jetzt hier im Prinzip, wir haben den Katalog abgegeben bei der Bundesnetzagentur. Und die hat jetzt im Januar entsprechend dann die Begutachtung positiv abgeschlossen. Es gab natürlich noch viele Diskussionen und Reibungen, aber am Ende des Tages haben wir uns da entsprechend dann auch geeinigt. Ich habe hier geschrieben Modulu A4V. Das liegt einfach daran, die Verordnung ist halt noch nicht final jetzt festgelegt. Das heißt, da kann sich nochmal was ändern. Der RTA hatte da eine Anhörung. Und entsprechend müssen wir dann auch schauen, jetzt was da noch passiert. Und deswegen kann man den Katalog auch noch nicht veröffentlichen, obwohl er quasi fertig ist. Ja, deshalb, was ist unser nächstes Ziel? Und das ist der zweite Teil des Vortrags dann auch. Wir müssen jetzt Ausbildungsmaterial entwickeln, erstens mal für die neue Klasse, weil da gab es vorher noch nichts. Aber auch für die Themen Digitaltechnik in den Klassen E und A, da muss viel gemacht werden. Und das ist das, was jetzt im Prinzip dieses Jahr für uns der Schwerpunkt ist an der Stelle. Ja, beginnen wir erst mal mit Neues vom Fragenkatalog. Auch das habt ihr sicherlich schon gesehen, auch in der CQDL gelesen. Wir haben ja bisher zwei Amateurfunkklassen, die Klasse A und E. Und auch in Zukunft wird das Ganze dann auch weiter bestehen. Und was jetzt neu dazu kommt, ist die Klasse N. Für 2,70 Meter 10 Watt EERP. Wir haben uns 10 Meter gewünscht. Aber die Bundesnetzagentur möchte es an der Stelle bei 2,70 Meter da auch belassen. Ja, wie sind wir vorgegangen? Wir haben uns auch an die internationalen Vorgaben gehalten. Das heißt, wir sind hier jetzt kompatibel mit dem ECC-Report, ERC-Report und auch mit der HAREC nach wie vor. Und erfüllen im Prinzip jetzt hier die Anforderungen von den internationalen Vorgaben, aber auch unseren nationalen Vorgaben. Und das werdet ihr auch gleich sehen. Da muss man entsprechend dann auch Kompromisse finden, weil die sich teilweise widersprechen. Ja, was auch neu ist, ist das aufsteigende Prüfungssystem. Das heißt, in Zukunft melde ich mich zur Amateurfunkprüfung an. Also ich melde mich nicht explizit an für N, E oder A, sondern einfach nur zur Amateurfunkprüfung. Und dann bekomme ich einen Fragebogen. Der enthält dann zum Beispiel hier jetzt 16 Technikfragen für die Klasse N, 32 Vorschriftenfragen und 32 Betriebsfragen. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Ob das wirklich so kommt, kann ich noch nicht genau sagen, aber das ist so die Idee, die momentan da auf dem Tisch liegt. Und auch auf dem Fragebogen sind dann nochmal 20 Fragen zur Klasse E und auch nochmal 16 Fragen dann für die Klasse A. Und ich kann dann selbst entscheiden, wie weit möchte ich kommen. Das heißt, ich kann sagen, ich teile mir das ein. Ich möchte drei Prüfungen an drei verschiedenen Tagen machen. Ich mache zuerst die N, lerne dafür, mache die N, dann lerne ich nochmal für die E. Dann mache ich die E-Prüfung und dann mache ich die A-Prüfung. Das kann ich dann im Prinzip mir so einteilen. Oder ich sage, ich möchte die E prüfen, dann fülle ich halt den Prüfungsbogen bis E aus. Wenn ich bestehe, alles super. Wenn ich bei E durchfalle, weil ich Technik eh nicht geschafft hatte, dann habe ich aber zumindest, wenn ich N, V und B geschafft habe, dann auch die Klasse N und fahre mit der nach Hause. Und das Gleiche auch für A. Falle ich bei der A-Prüfung durch, habe aber alles darunter bestanden, dann kann ich auch am gleichen Tag schon entsprechend dann mit der E-Prüfung nach Hause fahren. Hier ist wohl ein Wackler. Genau. Ja, Inhalte. Auch das habe ich schon präsentiert. Hier nochmal zur Wiederholung. Was ist da unsere inhaltliche Ausrichtung gewesen? Die Klasse N soll wirklich eine Einstiegsklasse sein in den Amateurfunk und soll erstmal einen großen oder einen groben Überblick geben über das ganze Feld, aber technisch auch noch nicht zu sehr ins Detail gehen. Ja, das impliziert dann auch sehr einfache Rechnungen und auch Formeln anwenden. Formel umstellen ist an der Stelle auch noch gar kein Thema. Das sagt auch die CEPT. Das kommt dann erst in der Klasse E. Ja, Beispiele. Man muss einige Sachen halt trotzdem behandeln. Auch ERP muss man erklären, weil die Klasse ist ja auf 10 Watt ERP beschränkt. Was gibt es noch? Schaltsymbole, einfache Stromkreise, Spannung, Widerstände, Strom. Wie messe ich richtig? Das sind so die Themen, wirklich die Basics an der Stelle. Und mein Lieblingsbeispiel ist hier zum Beispiel dieser kleine Schaltkreis hier mit der Diode. Und die Diode nehme ich jetzt als Beispiel. Man muss verstehen, dass die Diode den Strom nur in eine Richtung durchlässt. Das ist das Ziel für die Klasse N. In der Klasse E geht es dann darum, qualitatives Verständnis dann auch schon nachzuweisen der Zusammenhänge. Und dann immer noch sehr leichte Rechnungen, aber da muss man dann auch schon mal eine Formel umstellen können. Und dann sind das so Themen wie PEP kommt dann dazu, Messen, Ablesen, digitale Verfahren, einfache Verstärker. Und jetzt so vom Niveau her muss man dann verstehen bei der Diode, dass eine Diode halt auch eine Kennlinie hat. Das ist im Prinzip dann das Niveau der Klasse E. Und in der Klasse A, da geht es dann darum, tiefgehendes Verständnis dann nachzuweisen. Aber, und das war auch der Bundesnetzagentur immer sehr wichtig, es soll kein Ingenieursstudium sein. Dort gibt es natürlich dann kompliziertere Rechnungen und auch das Kombinieren von mehreren Formeln, was dann entsprechend dann erforderlich ist. Und dann kommen dann natürlich so Themen, ein bisschen wie Halbleiterphysik, Power Amplifier und auch in der digitalen Signalverarbeitung geht es auch ein bisschen tiefer rein. Und wenn wir wieder auf die Diode gucken, sehen wir, wir müssen jetzt hier quasi verstehen, wie so ein PN-Übergang funktioniert. Grob. Daran kann man sich das so klar machen, wie so diese Schwierigkeiten dann sind. Ja, und ich möchte jetzt nochmal ein bisschen zeigen, auch was die Vorgaben der Bundesnetzagentur waren, weil da gab es in der Vergangenheit, glaube ich, ein paar Missverständnisse auch. Ich habe auch viele Zuschriften erhalten und musste es dann erklären. Erstmal vorneweg, die Bundesnetzagentur hat hier den Hut auf. Die hat die alleinige Hoheit über den Umfang und die Inhalte des Fragenkatalogs. Wir können Vorschläge machen, aber am Ende des Tages müssen die das entsprechend dann auch veröffentlichen. Erste Anforderung war für die neue Einstiegsklasse, das Selbstbaurecht soll nicht eingeschränkt werden. Die CEPT sieht sowas vor für eine Einstiegsklasse, aber die Bundesnetzagentur möchte das nicht. Das impliziert aber auch, dass wir gewisse Anforderungen an die Technik dann auch haben müssen. Ja, 10 Watt ERP, der Grund, Selbsterklärung ist erst ab 10 Watt ERP erforderlich. Auch das wollte man entsprechend nicht ändern. Und dann wird ja oft gesagt, ja, CB-Funker dürfen ja 12 Watt. Naja, das stimmt nicht so ganz. Die CB-Funker haben auch diese 10 Watt ERP-Grenze und müssen im schlimmsten Fall dann eine Standortbescheinigung machen. Ja, Niveausteigerung der Klasse E war gewünscht, liegt daran, dass die Klasse E in den letzten 20 Jahren immer mehr aufgewertet wurde. Stichwort Gigahertz. Muss ich, glaube ich, nicht erklären. Ja, und die Klasse A entsprechend soll auch aktualisiert werden, weil Amateurfunk ist vielfältiger geworden, ist digitaler geworden und auch das sollten wir berücksichtigen. Ja, das ist auch eine Anforderung, die uns persönlich nicht so gefallen hat. B und V muss komplett in der Klasse N behandelt werden. Das haben wir uns auch anders gewünscht, aber wir konnten das leider an der Stelle nicht durchsetzen, dass das aufgeteilt wird. Das liegt daran, dass die Anzahl der Prüfungen dann entsprechend viel zu groß werden würde. Genau, auch eine Vorgabe war, dass die Anzahl der Fragen zwischen 1700 und 2000 liegen soll. Auch da hatten wir eigentlich gesagt, naja, es könnte vielleicht ein bisschen weniger werden, aber auch das war eine strenge Vorgabe an der Stelle. Genau, der Katalog wird dann irgendwann veröffentlicht von der Bundesnetzagentur und vermutlich dann, wenn die neue AFUV dann durch ist. So, jetzt hat man diese Vorgaben und die machen es natürlich schwierig, da eine gescheite Einstiegsklasse draus zu machen und deswegen haben wir da an Kompromissen gearbeitet. Wir haben Sachen vereinfacht und da hat die Bundesnetzagentur dann auch zugestimmt. Wir haben uns bei der Klasse N dann auf die einfachsten elektrotechnischen Grundlagen geeinigt. Wir haben alte Themen rausgekehrt, zum Beispiel die Röhre oder auch Dipmeter. Das sind Themen, die wir dann entfernt haben. Wir haben sehr viele Redundanzen entfernt, viele Fragen kamen doppelt vor, auch zwischen den Klassen, zeige ich gleich nochmal. Und wir haben B und V auf das Wesentliche reduziert, also das, was wirklich wichtig ist. Und wir haben das Auswendiglernen möglichst jetzt aus dem Katalog rausgenommen. Was meine ich damit? Ich habe das für meinen Amateurfunkkurs, den ich halte in Kaiserslautern, habe ich mal den Prüfungsbandplan erstellt. Das ist alles, was ich lernen muss für B und V in Bezug auf Bandplan. Das reicht. Es macht keinen Sinn, irgendwie alle Bandpläne dann auswendig zu lernen, sondern man hat dann meinen Aspiranten gesagt, lernt einfach das auswendig, was da steht und dann kommt er da durch. Und das ist aber wirklich nicht besonders befriedigend, das muss man alles irgendwie da im Kopf haben. Und wenn ich jetzt hier rumfrage, könnte mir wahrscheinlich keiner so aus dem Stehgreif zum Beispiel hier 2,2 Kilometer sagen. Nun gut, das fällt weg in Zukunft. Kein Auswendiglernen mehr dieser Zahlen. Das macht keinen Sinn. Was wir abprüfen wollen, ist die Kompetenz, einen Bandplan zu lesen. Das heißt, in Zukunft gibt es erlaubte Hilfsmittel, nämlich den IARO-Bandplan für 2,70 Meter bei der Prüfung mit dazu. Und alle Fragen sind so umgebaut, dass man im Prinzip, das ist auch manchmal ein bisschen knifflig, da muss man auch vielleicht mal in eine Fußnote reingucken, aber im Prinzip ist die Kompetenz dann, dass man die Frage vor sich hat, im Bandplan oder erst mal die richtige Quelle dann sucht, Bandplan und sich dort dann drin orientieren kann. Das Gleiche für die Anlage 1, weil da sind ja die Leistungsbestimmungen auch geregelt für Deutschland. Und den Rufzeilenplan gibt es auch noch als Hilfsmittel, und natürlich die Formelsammlung, die gab es auch vorher schon und da die Klasse N ja keine Formeln umstellen können muss, laut CEPT, gibt es auch gerade noch alle Umstellungen von den Formeln schon gratis freier Haus mit dazu. Also da haben wir auch gewisse Vereinfachungen drin und dieser Berg von B und V ist dann entsprechend auch gar nicht mehr so schlimm. Wir haben dann versucht, nah an diese untere Grenze zu kommen und haben dann ja 1.750 Fragen abgegeben. Da wurden natürlich auch wieder viele dann entfernt und wieder neue hinzugefügt, aber am Ende des Tages sind es tatsächlich dann auch 1.750 Fragen geblieben. Ja, mein persönliches Fazit ist, die Prüfung ist insgesamt auch für E&A nicht schwerer geworden, es sind halt auch einfach andere Themen. Ja, die Welt hat sich weitergedreht in den letzten 20 Jahren und da haben wir jetzt mal ordentlich durchgeputzt und haben da entsprechend das Ganze mal auf den Stand der Technik gebracht. Ja, und jetzt was ganz Wichtiges. Ich werde jetzt die Zahlen von den Prüfungen ein bisschen aufschlüsseln, also die Anzahl der Fragen und ich möchte hier nochmal im Vorfeld jetzt betonen, dass die Anzahl der Prüfungsfragen kein Maß ist für die Schwere der Prüfung. Ich kann 10.000 Fragen zum Ohmschen Gesetz stellen, dadurch wird die Prüfung nicht schwerer. Gut, schauen wir uns erstmal den aktuellen Stand an. Ich setze jetzt voraus, dass jemand aufstockend hier die Prüfung macht. Das heißt, zuerst E und danach A. Weil ich das jetzt ja auch mit einem aufstockenden System jetzt vergleichen muss, damit der Vergleich dann fair ist. Und dann sieht man, wir haben uns mal die Mühe gemacht und haben mal in der Klasse A gezählt, wie viele Fragen gibt es da drin, die es eigentlich schon in der Klasse E gibt. Das sind so um die 200 Fragen, die da doppelt sind. Warum ist das? Wenn jemand direkt A prüfen möchte, muss er ja eigentlich die Kenntnisse von E nachweisen und deswegen hat man da so einen Auszug genommen und den mit in die Klasse A gepackt. Ja, das ist das, was ich als A-Stern hier bezeichne. Also das ist die Wiederholung von E in A. Jemand, der jetzt aufstockend die Prüfung macht, muss auch das wieder lernen. Ja, klar. Und das haben wir entfernt, diese Redundanz. Da es ja jetzt sowieso ein richtiges Aufstocken des Systems jetzt wird. Wie sieht das jetzt aus? Ja, schauen wir mal erst mal jetzt auf den Vergleich zwischen der alten Einstiegsklasse E und der neuen der Klasse N. Da muss ich schon, oder müssen wir sagen, da sind schon mal weniger Fragen. Und zusätzlich noch sind die ja viel einfacher geworden. Wir haben natürlich auch B und V reduziert, aber auch durch diese Hilfsmittel wird das Ganze ja einfacher. Von daher haben wir hier ganz klar das Ziel erreicht. Wir haben eine Einstiegsklasse. Erst mal weniger Fragen. Aber auch an sich ist die Thematik hier viel einfacher als vorher. Gucken wir jetzt E-Alt und E-Neu an. Da hatten wir die Vorgabe auch von der PNZ-A, etwas anzuheben auch. Weil die Klasse E war ja mal die Klasse 3 mit gleichen Bedingungen. Im Prinzip da mit 2 Meter und 70 Zentimeter, so wie jetzt N. Und da sind wir auch nicht drum herum gekommen. Da muss man sagen, das ist ein bisschen mehr geworden mit der Anzahl der Fragen. Guckt man aber insgesamt dann, im aufstockenden Vergleich, sieht man, okay, es ist insgesamt sogar ein bisschen weniger jetzt geworden. Wenn man halt diese Wiederholung halt mitrechnet. von daher ist die, aber wie gesagt, ich kann es nur tausendmal wiederholen, die Anzahl der Fragen war halt auch eine Vorgabe und es ist auch keine Metrik für die Schwere der Prüfung. Wenn ich den Anspruch habe, dass ich das verstehen will hier, werde ich das jetzt viel leichter schaffen mit diesem Einstieg, den die Klasse N an der Stelle dann bietet. Fassen wir mal die Änderungen so ein bisschen zusammen und was das bedeutet, auch für die Ausbildung. Fast jede Bestandsfrage wurde überarbeitet. Also wir haben wirklich jede Frage angefasst. Wir haben neu formuliert, klarer formuliert, einfache Sprache. Wir haben Fallstricke entfernt, Nebelkerzen entfernt und das alles sehr fair gemacht. Manchmal muss man einen halben Aufsatz lesen, bis man überhaupt weiß, um was es geht und dann sind die Antworten auch nochmal extrem lang. Das haben wir stark vereinfacht und verbessert. Und da das nur Verbesserungen sind, macht es das ja jetzt auch erstmal nicht schwerer. Es gibt neue Hilfsmittel, aber das ist eigentlich gesagt ganz gut, weil die Leute wissen in Zukunft, wo steht das denn überhaupt? Auch wenn sich was ändert. Die wissen immer, okay, Anlage 1 und Bandpläne, da muss ich immer reingucken. Und da haben wir doch auch schon ein Ziel erreicht. Und das Ganze ist Schema F, das lernt man einmal und dann hat man es für das ganze Funkerleben, weiß man es dann. Ja, die neue Klasse N ist vom Stoff sehr einfach und ich glaube auch jeder Funkamateur hier im Raum ist in der Lage, die zu bestehen. Zumindestens mal den für die Technik interessierten den Technikteil. Wir haben Probeprüfungen gemacht in Baunatal mit unserem Team und haben es einfach mal ausprobiert und das, was ich vorhin gezeigt habe, diese Staffelung mit der Diode da, mit dem Beispiel, das ist in der Prüfung auch spürbar. Klasse N, da rast man so durch, bei E wird es dann schon mal langsamer und bei A muss man dann den Taschenrechner mal rausholen. Also das merkt man tatsächlich, dass das genau diesem Bild entspricht, was ich vorhin aufgezeigt habe. Und N, wie gesagt, ist sehr einfach und ich denke auch, dass das dann gerade für Jugendliche ist das super, das denen beizubringen, weil sie den Stoff E gerade im Physikunterricht dann auch in der Schule schon haben. Also eher unkritisch, das Ganze. Ja, es gibt neue Fragen wegen der neuen AFUV, zum Beispiel Remote-Betrieb, haben wir ja gerade gesehen live und auch das wird sehr einfach sein. Ist klar verständlich und ist kein großes Problem. Ja, statt der Röhre gibt es jetzt neue Verstärkerschaltungen, LDMOS, MOSFET-Endstufen, MMIC, und auch das ist relativ einfach zu verstehen. Ja, da muss man mal irgendwie eine Bias-Spannung oder so berechnen, das ist ja kein Hexenwerk. Also auch noch sehr einfach und auf dem gleichen Level auch wie es die Röhre war dann oder die Röhrenfragen. Ja, und hier haben wir so ein kleines Problem. Es gibt circa 100 neue Fragen im Bereich der Digitaltechnik. Und das wird natürlich natürlich für viele Neuland sein. So, jetzt könnt ihr ja euch ja entspannt zurücklehnen und sagen, ich habe ja meine Lizenz, alles gut. Für einen Aspiranten ist es aber eigentlich gar kein Problem. Der hätte ja auch eine Röhre lernen müssen oder eine Röhrenschaltung, dann lernt er jetzt halt ein bisschen, was Kanalkodierung ist. eigentlich auch eher unkritisch. Aber viele von euch, die hier sitzen, sind ja auch gegebenenfalls Ausbilder. Und für euch ist das vielleicht wirklich Neuland. Und deswegen müssen wir euch jetzt schulen. Und da haben wir als AJW-Referat das Ziel, zeitnah, also auch wirklich bald, hoffentlich noch dieses Jahr, die Ausbilder im Bereich der Digitaltechnik dann auch zu schulen. Und da wollen wir jetzt ein Mittel dann auch verwenden, weil wir müssen ja die Leute deutschlandweit erreichen. Da werden wir wieder auf den Treffpunkt DRC zurückgreifen. Das heißt, wir werden hier Schulungen anbieten, Fragestunden und wir werden auch das Ausbildungsmaterial euch dann rechtzeitig zur Verfügung stellen, auch, dass ihr euch selbst weiterbilden könnt und dann auch entsprechend dann in den Fragestunden auch dazu eure Fragen stellen könnt. Genau. Dann möchte ich jetzt noch am Ende nochmal auf die Ausbildung dann zurückkommen. Und auch das hat der ein oder andere oder die ein oder andere schon gesehen. Das ist nochmal mein Ausbildungskurs in Kaiserslautern. Am Anfang wir machen viel Werbung, viele Interessenten da und dann zeigen wir, wie vielfältig Amateurfunk ist. Ich muss das jetzt gar nicht im Detail erwähnen, weil dafür war ja auch diese Tagung da und den Q100 haben wir jetzt auch gerade erst gehört und wir begeistern die Leute für das Hobby und in der ersten, also das ist die erste Kennenlernabend und so weiter und die Leute sind begeistert und eine Woche später kommen sie wieder und dann quälen wir sie erstmal mit den Grundlagen der Elektrotechnik. Ohne, dass die überhaupt wissen, für was man das jetzt braucht, weil die wollen ja funken. und dann passiert es oft, dass nochmal eine Woche später der Hörsaal dann entsprechend leerer aussieht und dann stellt man sich die Frage, warum fängt man nicht vielleicht erstmal mit einem Thema an wie der Wellenausbreitung. Ich muss ja jetzt erstmal von Georg Simon Ohm nichts wissen, um so eine Spiegelung zu verstehen. Und das ist genau das, was wir jetzt umdrehen wollen. Die bisherige Ausbildung war meistens bottom-up, also vom Widerstand zum Funkgerät und wir wollen jetzt ausbilden für die Klasse N von der Faszination Funk bis zum Widerstand. Ja, wie sieht das aus? Der rote Faden für die Klasse N, das Pferd von hinten aufzäumen. Das heißt, wir fangen zum Beispiel mit der Wellenausbreitung an und irgendwann dann am Ende kommen irgendwann die Widerstände. Und Betrieb und Vorschriften, das würzen wir so ein bisschen mal so zwischendurch, wo es thematisch ganz gut hinpasst. Ja, weil oft ist es dann auch so, man macht die Technik durch, okay, alles klar und dann kommt dann irgendwie so eine Reihe von Kursabenden, Vorschriften und Betriebstechnik so en bloc und da verliert man dann auch nochmal ein paar Leute. Also es macht Sinn, das an den passenden Stellen entsprechend dann zu platzieren. Und die Klasse E und A, die kann man eigentlich auch wieder klassisch unterrichten. Natürlich kann man auch sagen, man macht direkt einen A-Kurs. Es gibt also Ausbilder, die sagen, sie wollen eigentlich direkt zur Klasse A ausbilden. Das können sie auch weiterhin machen. Das verbieten wir nicht. Aber im Prinzip für jemanden, der sich erstmal so mit Funk mal beschäftigen möchte und mal reinschnuppern möchte, ist die Klasse N dann der perfekte Einstieg. Ja, was haben wir gemacht? Wir haben die ganzen Themen, die in der Klasse N vorkommen, erstmal in so ein Miro-Board gepackt und haben dann einige Wochen lang die Themen hin und her geschoben, bis wir dann quasi so einen Lehrplan hatten, der irgendwie dann auch wirklich Sinn ergeben hat. Es ist nämlich gar nicht so einfach, diese Abhängigkeiten, die da drin sind, halt auch irgendwie aufzulösen. Und das ist jetzt das, was dabei herausgekommen ist. Das ist der Lehrplan für die neue Klasse N. Und ja, ich will jetzt gar nicht so sehr da ins Detail gehen. Ihr könnt es euch ja vielleicht später dann auch nochmal in Ruhe durchlesen. Aber ihr seht, wie das Ganze jetzt umgebaut ist. Das zweite Kapitel ist jetzt Frequenz- und Wellenausbreitung. Und das Ohmsche Gesetz, das kommt erst in Kapitel 13 dran. Und man sieht aber auch, dass verschiedene B- und V-Themen auch dann mal zwischendurch platziert sind. Zum Beispiel Recht zum Selbstbau kommt dann, wenn Schaltungstechnik relevant wird. Noch was anderes. Ja, also das erste Schritte, da ist ja ganz viel B und V auch drin. Ja, was ist Amateurfunk überhaupt? Was dürfen wir, was dürfen wir nicht? Ja. Und das ist im Prinzip jetzt so der Ablauf, den wir im Moment da verfolgen. Bisher sieht es auch ganz gut aus. Also es ist schon viel Material jetzt da. Und wir müssen jetzt natürlich noch Feintuning machen. Ja. Ihr seht schon 14 Kapitel. Die Idee ist so ein bisschen jeden Tag ein Kapitel. Manche Kapitel sind ein bisschen länger, da muss man es vielleicht ein bisschen aufteilen. Aber die Idee ist, wenn sich da jeder da mal so ein bisschen Zeit nimmt und jeden Tag ein Kapitel durcharbeitet, da kommt man da auch in zwei Wochen zur Prüfung hin. Genau. Das ist der Lehrplan. Und der Lehrplan, der gilt nicht nur für ein Buch, sondern auch für viel mehr. Reden wir mal über Formate. Natürlich wird es ein Buch geben, das ist so jetzt so ein Vorentwurf mal, wie das aussehen könnte. Da sind wir immer noch am Rumschrauben im Prinzip und noch am Feintuning dran. Es wird Folien geben, dann passend zu dem Buch für die Ausbilder. Ja, ein Ausbilder kann die Folien einfach nehmen und im Kurs machen. Und da wird es aber auch die Möglichkeit geben, die abzuändern. Komme ich gleich nochmal drauf. Es wird eine Ausbildungsplattform geben mit einem Online-Kurs und interaktiven Elementen. Das heißt, ja, es wird solche Applets geben, wo man sich entsprechend dann verschiedene Sachverhalte da auch anschauen kann, wobei das jetzt eher für die höheren Klassen ist, was man da sieht. Und auch da freue ich mich sehr drauf, es wird einen YouTube-Kurs geben, der auch diesem Lehrplan folgt. Das heißt, wenn ich was im Buch nicht verstehe, dann schaue ich mir das Video dazu an. Dann kann ich einfach wechseln. Und da alles dem gleichen Lehrplan folgt, ist es auch sehr einfach, dann irgendwie während der Ausbildung das Medium zu wechseln. Und das ganze Material, was wir entwickeln, wollen wir auch öffentlich da zur Verfügung stellen und jeder darf das auch abändern für seinen eigenen Kurs. Jeder bildet ein bisschen anders aus. Ich mache das sowieso anders. An der Uni kann ich viel mehr voraussetzen als so ein OV-Kurs zum Beispiel. Ja, wie funktioniert das Ganze? Da möchte ich ein bisschen mal noch jetzt ein paar Einblicke euch geben, was da hinter den Kulissen passiert. Wir haben da eine sehr komplizierte Toolchain mittlerweile aufgebaut. Und das ist die Direktus-Datenbank. Das ist ein Datenbanksystem mit Webfrontend, was man flexibel gestalten kann. Und damit haben wir die Prüfungsfragen überarbeitet. Aber auch die Bundesnetzagentur hat die Begutachtung in diesem Tool mit uns gemacht. Und dann gibt es hier eine Reihe von Python-Skripten, die dann LaTeX erzeugen. Wer kennt LaTeX? Okay, gut. Ja, kennen heißt nicht können, aber ihr habt eine Vorstellung, das ist ein Textsatzprogramm. Damit kann ich Texte wunderhübsch dann setzen. Und daraus generieren wir erstens mal die Fragenkataloge, die die Bundesnetzagentur dann auch veröffentlichen wird. Auch die Prüfungsfragebögen werden damit generiert. Und das war im Prinzip jetzt der Stand bisher. Und jetzt kommt neu dazu das Ausbildungsmaterial und da nutzen wir den Online-LaTeX-Editor Overleaf. Wer kennt den? Okay, wird dann weniger. Okay, aber ein paar. Den nutzen wir dann entsprechend, um daraus die Ausbildungskapitel entsprechend dann rauszulesen. Und dann können wir jetzt auch in Zukunft die Ausbildungsunterlagen dann aus dieser zentralen Datenbank dann entsprechend generieren. Ja, was neu dazu kommt, ist ein Framework, was auch auf Python basiert. das nennt sich Manim. Wer kennt den YouTube-Kanal 3Blue1Brown? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Kann ich nur empfehlen. Der, der den Kanal betreibt, hat dieses Framework auch entwickelt. Und damit kann ich Lehrvideos erzeugen und Erklärvideos erzeugen. Und auch da nehmen wir wieder die Grafiken, die wir auch natürlich für den Katalog schon erstellt haben. Und da sind wir beim Thema Grafiken. Da benutzen wir die LaTeX-Bibliothek CircuitTix. Und da muss ich mich auch nochmal ganz groß bedanken bei den Leuten, die die ins Leben gerufen haben. Wir sind gerade auch dabei, die ganzen Amateurfunk-Symbole dort wieder zurückfließen zu lassen. Ist eine schöne Sache. Ja, wie sieht sowas aus? Ich habe das hier mal kurz dargestellt, im Zeitraffer, wie ich ein Bild zeichne. Ja, also der OM-Moldrecht hatte das früher mit Tusche gemacht. Alles. Das hat man halt damals so gemacht. Ging nichts anderes. Und ich habe auch einige dieser Tusche-Zeichnungen jetzt auch bekommen und bin fasziniert davon. Aber ich habe jetzt auch, ich glaube, mehr als 500 Bilder gemalt. und man sieht jetzt rechts den Latex-Code. Da beschreibe ich im Prinzip dann das, was ich da möchte. Ja, AD-Umsetzer, dann eine Box mit Fragezeichen, dann 2DA-Umsetzer, ein Mischer, Verstärker, Tiefpass, Bandpass, sorry, Antenne und dann irgendwie hier noch ein Quarz-Oszillator. So, fertig. Das dauert 17 Minuten. Bis man das dann, ich bin schon geübt, aber man muss halt trotzdem relativ viel im Kopf vorsimulieren und dann überlegen, wie schreibe ich quasi den Code dafür jetzt hin. Genau. Und das Coole an diesen Bildern ist, die sind intelligent, weil die passen sich auf ihren Kontext an, wo sie verwendet werden. Für die Folie ist das hier ein Bild, jetzt aus der Klasse N, da geht es darum, hier die Komponenten zu benennen, Wasserfalldiagramm, Spektrum und die anderen Sachen. Das ist jetzt für eine Folie super, aber in diesem zweispaltigen Katalog, wo eine Spalte nur 7 cm breit ist, was passiert denn, wenn ich jetzt dieses Bild da verkleinere? Genau, die Schriftgröße wird ja auch kleiner. Und was wir mit Latex machen können und das ist super genial, wir können Bilder verkleinern, aber wir können sagen, die Schriftgröße soll gleich groß bleiben. Das heißt, das ist das gleiche Bild, nur halt auf andere Breiten gebaut. Und das ist hier an der Stelle der Schlüssel auch, dass wir diese Grafiken dann auch im Katalog als auch im Ausbildungsmaterial, auch in verschiedenen Medien, also hier ist jetzt die Idee, dass man es auf dem Smartphone sieht, dass die da, egal was ich jetzt habe, Smartphone, Buch oder online auf einer Webseite, dass es immer gut aussieht. Richtung YouTube, da möchte ich einen kurzen Einblick geben, wie das aussieht. Wir nutzen da die gleichen Bilder wieder. Und das hier ist jetzt ein Video, was erklären soll, wie aus einem Deepol eine Groundplane wird. Und das machen wir erstmal mit dem Zwischenschritt jetzt hier über eine Up-and-Outer-Antenne oder Upper-and-Outer-Antenne und führen jetzt hier den Begriff Radial ein und Strahler. Und dann machen wir noch eine kurze Exkursion jetzt gleich Richtung Makoni-Antenne, also gegen Erde erregt. Und dann kann man jetzt auch nochmal zurückgehen, entsprechend dann zu der Up-and-Outer. Und dann drehen wir die. Wir biegen den Strahler nach oben und verdoppeln hier die Radials und zack sind wir bei der Groundplane. Nur so als Beispiel, das wird dann in diesem YouTube-Kurs, werden diese Animationen verwendet, die auch wiederum aus diesen Grafiken, aus dem Katalog dann entsprechend generiert werden. Ja, und wie kommen die Leute da dran? Das habe ich schon erwähnt. Es wird eine Ausbildungsplattform geben. Auch hier eine kurze Vorschau. Ja, wir wollen an dieser Stelle den Amateurfunk ein bisschen in den Fokus rücken. Wenn man zum Beispiel auf die DRC-Webseite kommt, da ist man ja schon als Vereinsmitglied mittendrin und kennt sich aus. Dann weiß man, okay, ich will zum Contest-Bereich oder ich will jetzt irgendwie zum AJW-Referat. Aber für jemand, der mit Funk das erste Mal in Berührung kommt, ist die DRC-Seite da entsprechend die falsche Anlaufstelle. Und deswegen wollen wir hier eine eigene Webseite entwickeln. ja, wo es klar ist, okay, werde Funkamateur und da ist ein Knopf, jetzt starten und da drückst du drauf und dann geht's los. Ja, man kann direkt anfangen entsprechend dann die Sachen dann zu lernen. Ja, es wird dort geben dann entsprechend Kurse vor Ort. Selbststudium, Ausbildungspartner, also all das, was es bis jetzt auch schon gibt, aber es ist schneller erreichbar. Ja, wo gibt's Ausbildungskurse? Kommt man da relativ schnell an die Adressen dran? Wo gibt's Leute, mit denen ich in Kontakt kommen kann? Das gibt's auch jetzt schon, aber es ist relativ schwer zu erreichen. Und auch die Inhalte natürlich gibt's dann und man kann dann entsprechend, so ähnlich wie das jetzt auch ist in unserem aktuellen Online-Kurs, dann auch hier, das ist jetzt noch Fake-Text hier, Lorem Ipsum. Und das Schöne ist, man kann dann auch, wenn man es gelesen hat, direkt auch die Prüfungen entsprechend oder die Fragen dazu dann probieren und wir sind auch gerade dabei, eine eigene Trainings-App dafür dann auch zu entwickeln, die auch natürlich frei verfügbar sein wird. Man kann sich dann auf der Plattform auch über die Prüfung informieren, damit auch da alles klar ist. Das Problem ist, dass die BNZ-A-Seite da ein bisschen auch undurchsichtig ist. Also ich bekomme so viele E-Mails, wo Leute fragen, was muss ich denn jetzt überhaupt machen? Was sind so die ersten Schritte, die das halt autodidaktisch machen wollen? Und deshalb ist auch diese Plattform zentrale Anlaufstelle, um sich dann auch zum Beispiel zur Prüfung anzumelden. Man wird dann auf die entsprechenden Formulare der BNZ-A dann weitergeleitet. Ja, das Ganze, das kann man sich auch gut merken und hat auch offentlich den Effekt von Interesse, wird es geben in Zukunft auf 50ohm.de. Ja, da brauche ich jetzt keinen QR-Code wie der Michael, das könnt ihr euch merken. und da wird das Ganze verfügbar sein. Und ja, das war's. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Applaus Vielen Dank.